Hier nach, Einheiten hier nach, ich ziehe auch mal ein Katapult nach und ein paar Zauberer und noch mehr Zauberer und Katapulte und leck mich am Arsch und hast du nicht gesehen und ihr sammelt euch jetzt mal bitte da unten und bleibt da wo ihr euch hingeschickt habe, so wie ihr es sonst immer macht, wenn ihr es nicht machen sollt. Nein, verklickt, verdammt. Wie ihr das Katapult schießt da jetzt rein und tötet meine Einheiten alle? Hier habt ihr den Töten, danke. Jetzt sind wir nicht tot, achso, weil ich nicht aufgerüstet und nix bin, weil ich brauche keine Aufrüstung, nein, das ist völlig überwährend, der ganze Scheiß. So, wir schicken einfach mal alles hoch und hier regnet's Feuer, ganz toll. Ich würde doch mal lieber den da, den mag ich nämlich nicht mehr. Und was spinnen, nehme ich auch noch mit. Warum mich? Na hat's ja, ne? Passt doch, läuft doch. Das Katapult muss natürlich mal wieder weg damit jetzt. So, Schluss jetzt. Machen die Mission jetzt auch zu Ende. Wir haben gar nicht so viel, wie ich am Anfang dachte, dass wir so haben. Na ja. Nein, du nicht. Du gehst dann mal woanders hin. Jetzt schuldet mal diese Pisa an diesen Typen. Damit die hier nicht wieder alles reparieren. Da will jemand abhauen, ne? So einfach ist das nicht. Ey, komm wieder her. Kann ich sonst nicht töten? Dann töten wir mal. Kann das sein, dass wir bei dem Gebäude im Niederneben schießen? Wirkt mir fast so. Soll mir recht sein. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn kleine Mann denn hin? Ich weiß, wo du hin willst. Wenn du denn seine Mine kriegst. Hofft wohl, dass ich ihn da nicht finde. Aber da hat er sich getäuscht. Ich finde ihn überall. Geht ja doch recht schnell. Ich hätte gedacht, das dauert länger. Oh ja, da müssen wir so recht sein. Und tot. Bitte, kann der Turm ist bitte auch mal sterben. Wir können es ja mal ausprobieren, meine Theorie. Nein, sie schießen auch da daneben. Wen haben wir denn da? Noch ein Freund von mir. Das war jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Immer noch wortschief. Ich habe am letzten Mal gar nicht die Werte vorgelesen, weil ich was gucken wollte, noch schnell. Das Spiel ist ja bald schon durch. Das ist jetzt die dritte Aufnahme. Da kommen wir auf sechs Aufnahmen vielleicht. Was ist wieder Neues? Blablabla. Dingsbums. Starten. Voting. Naja. Wir sitzen unten links. Das ist schon mal gut. Und wir speichern manchmal Kindes mal noch so mit einem F wie Fick dich. Wir gucken mal so, was wir so haben. Haben wir was Neues? Können wir noch was Neues bauen? Nö. Also sieht zumindest nicht so aus. Man weiß es ja nie. Werde ich jetzt nicht mal so lange Aufnahmen machen. Naja, die Missour noch und dann fängt es schon mit Menschen an. Vier Aufnahmen bin ich durch, will ich jetzt nicht spontan mal sagen. Okay, hier haben wir schon mal Truppen. Ich habe einen Katapult, oder? Cool. Schön, dass hier die Punkte sehe. Race Moonbrook, Race Goldschreiner. Das heißt, ich habe wieder zwei Basen. Diesmal sind die wahrscheinlich auch größer. Warum gehe ich jetzt da hin? Gamespeed Fast. Vielleicht soll ich es langsamer machen. Slowest. Boah, guckt es euch an. Wieso abgehen? Yeah. Wo war ich? Fastes, oder? Also überhaupt nicht gefährlich, so zu spielen, nein. Okay, wir lassen den Unsinn machen. Fast. Äh, Menü. Würde ich sagen, das war es für heute mit Warcraft 1. Oxenhumans. Ein kurzes Spiel. Verdammt kurz. Was hat Blizzard denn da veröffentlicht? Oder habe ich noch eine Kampagne übersehen? Nee, wir haben nur ein Custom Game. Ja, nein. Die werde ich nicht alle spielen. Können wir gleich mal vergessen. Nö. Nö. Zwei Kampagnen, okay. Das wird ein kurzes Spiel. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn da noch schnell spielen? Schon wieder eine Umfrage machen, verdammt. Naja, doch, darum kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist. Bis dahin, sag ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Lustig, meine Uhr geht falsch. Ich habe da gar keine zwei Stunden aufgenommen. Huh. Dann spüren wir noch nicht weiter. F, wie f*** ich spiel. Naja, spüren wir die Mission auch noch schnell zu Ende. Nein. Geht mal hier alle irgendwie weg und so. Und dann gehe ich mal auf Suche nach Holz und Gold. Ah, Holz haben wir schon mal hier. Gut. Schnauze, Fellen. Habe ich jetzt gerade eben anderen Zaun gehabt oder habe ich mir das nur eingebildet? So, hier muss ja auch irgendwo eine Goldmine sein. Zemex. Hier muss Gold sein. Hier ist Holz. Ganz viel Holz. Noch mehr Holz. Da oben ist hoffentlich dicht. Gehe ich nachher mal erkunden. Ach komm schon. Gold. Gold. Oh, Gold. Ich suche immer noch Gold. Ist da unten Gold? Ja, da ist Gold. Ist da viel Gold? Uh, 35.000. Das kann man mit arbeiten, sage ich mal. Alter, du bist der Falsche. So baue ich nicht noch einen. Pfff. Na, das ist nicht so viel. So, jetzt gucken wir mal, ob da oben da auch dicht ist. Wenn ja, könnte ich ja hier einfach mal eine Verteidigung so rein stapeln praktisch. Hier einen hin und da oben drüber einen hin und noch einen da hin. Ja, hier ist dicht. Geil. Und ich glaube, ich muss sie so ein bisschen schräg stellen dann, wenn ich das so erfolgreich nutzen will. Ready? Gut. Ich habe keine Nahrung mehr. Das heißt, ich brauche jetzt schon mal gleich wieder hier so einen. Wie viel sammelt denn Gold? Das kann ich mir nicht anzeigen lassen. Zwei? Mehr nicht? Na, ganz toll. Geht ja gar nichts. Geh mal noch eins hoch da. Ne, ich glaube, es passt schon, wenn der eins weiter vorne steht. Ne, 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 so. So, haben wir drei, haben wir vier. 33.000, können wir schon irgendwie mehr machen. Wir wissen ja jetzt, welche Forschung wir uns sparen können. Was einfach total für den Arsch sind. Drei, komm schon. Ich brauche ein bisschen mehr als drei, da kommt kein Geld rein sonst. Aber ich kann schon Spearmänner bauen. Was daran liegt, dass ich schon einen Mill habe. So, vier haben wir. Vier, fünf, sechs, sechs sollten erstmal reichen, denke ich. Das ist ein Upgrade, nicht alles so teuer wäre. Das geht gar nicht, geht das gar nicht. Mit diesem Holzschwer kommst du ja nicht weit. Das ist so das Problem. Na, komm. Vor allem, wenn ich mir denke, wie schwer Warcraft 3 damals war. Das ist schon wirklich lächerlich leicht. Vor allem, das Aton war ja teilweise pervers. Ich hoffe, der Wald ist da ordentlich dick, dass ich da auch lange dran graben kann. Ey, graben? Ja, ich grabe den Wald aus. Ich fälle ihn nicht, ich grabe ihn. Ich muss mal eine Computeruhr nachher mal richtig stellen. So, zwei, vier, fünf, sechs, gut. Der geht anbauen, sehr gut. Würde dir bitte mal hier noch in Gold rein tragen, dass ich die Sperre mal upgraden kann, bitte. Boah, kauf ich mal Autos, dann geht das viel schneller oder so ein Fließband. Wieso kann ich nicht einfach mein Gebäude auf der Mine oben drauf platzieren? Praktisch instant 30.000 hab. 32.000. 31.800. Das nimmt ab. Das ist deprimierend zu sehen, wie man mein Geld abnimmt. So, wir bauen noch ein Stück Weg dahinter. Lampenbill haben wir bei Rex haben wir. Aber wir haben keine Kohle. Wieso stehst du schon wieder so komisch? Wieso stelle ich mal ein bisschen anders hin? Na gut, stellen wir sie doch gerade hin. Warum denn auch nicht so? Ah, was wolle ich bauen? Ach ja, richtig. Einen Blacksmith. Wollte ich bauen? So voll krass, du wirst Bescheid. Was soll denn Blacksmith bauen, ey? Der Schmidt ist jetzt schwarz, ne? Der hat ja einen Terrassenumwand. Okay. Mir gefällt dich, in welche Richtung der Let's Play geht. Das ist voll scheiße. Wir haben hier übrigens eine Straße, die auf der Karte irgendwie schräg dargestellt wird. Legt wohl an der phänomenalen 320x200 Auflösung oder 240 oder was das Spiel hatte. Wenn der Scheiß nicht so so teuer wäre, ne? Bauen wir erst mal einen Kinell. Einen Kanal. Dumme Amis, können nicht mal Kanal richtig schreiben. Außer nicht mal eine richtige Grafik zu einem Kanal machen. Also wirklich. Schämen sollten die sich mal was. Okay, der Grant hat ein bisschen was abbekommen. Das macht nix. Komm schon, ich brauch mehr von allem. Ich hab ja sechs Sammler. Ich hab sechs mit den Sammlers. Was? Nein. Bloß nicht. So, gut. Jetzt will ich da mal rübermoven. Falte Taste. Komm schon, ich will so einen Tower bilden. Tower. Ich will Spinnen haben. Ich glaub ich spinnen. Was dauert denn da so lang? Na endlich. Hier, Tower. So. Ich kann keine Einheiten bauen. Weil ich kein Fressen hab. Na und? Sollen sie die Leichen der Feinde fressen? Sollen sie mir die so anstellen? Schämen. Wirklich. Die schmecken. Dank der Knochen sind die auch schön knusprig. Knusprig. Ist auch gut. So. Brauchen bessere Schilde. Sieht aus wie so ein Oktopuskopf oder so. Was ist der Oktopus? Ich hab's keine Ahnung. Kenn mich doch nicht aus. Kein Plan für gar nichts. Naja. Weizen sind nicht gekommen. Major Summering? Das sieht aus wie so eine Art Dämon, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wer tatsächlich ein Dämon ist, würde mir das sehr gefallen. Halt, nein. Ich muss ja noch Food bauen. Ich muss noch Food bauen. Sie kommen nicht so wirklich weit. Finde ich gut. So, wir bauen hier nochmal einen Weg. Ein weniger Stress, du weißt. Was kostet denn der Typ? Oh, 900. Ich hab noch Kohle, ich hab noch Kohle. Ich hoffe, hier gibt's wieder Fluss und Brücke. Sonst wird das echt unfair, finde ich. So, danach muss ich erstmal hier forschen und alles ankurbeln. Ich brauch hier nämlich bessere Äxte und auch alles. Das ist ein Kreuz. Vor allem, dass man hier nichts weiter forschen kann. Reicht nicht nützlos. Ich meine, schnelle Wölfe sind ja schön, aber naja. Nicht unbedingt so das Megamäßig Mächtige. Fällt mir ein, ich sollte mal speichern, bevor sie hier wieder irgendwie Einheiten in meine Basis teleportieren und mich alle töten. Aber Dämonenbeschwörung, das wird mich schon reizen. Mach ich auch gerne mal so in meiner Freizeit, einfach mal so ein Dämonenbeschwören. Gelegentlich geht mal was schief, aber... Gott, wo soll jetzt ein Dämonen draus rumrennen, der die Welt vernichten will? Muss man sich ja nicht gleich aufregen. Das ist was ganz Natürliches. Ganz natürlich. So. Beweg dich, du Balken. Warte, ich packe mal meinen Balken. Vor allem, erst muss man es noch forschen und dann später hat man es halt einfach. Finde ich irgendwie gut. Auch wenn ich die Waffen aus irgendeinem Grund immer wieder erforschen muss. Drum auch immer. Komplexe Magie können wir uns merken, aber simple Zaubersprüche? Unmöglich. Das geht ja gar nicht. Okay, der Wald scheint hier noch ein Stück zu gehen. Mal gucken, wie dick der... Was bist du denn? Was? Was willst du von mir? Geh weg! Katapult, Töte ist. Alter! Gehst du mal sterben? Alter! Was ist das? Oh nöö, ich kann gleich wieder laden. Was zur Hölle? Nein, jetzt kommt noch mehr. Verstehst du? Okay, wir stellen fest, die teleportieren sich hinten rein. Und der macht überhaupt keinen... Was? Wieso machst du keinen Schaden? Hallo? Was? Noch einer? Hat zur Hölle, du Mistvieh. Verpiss dich! Ich kann das wahrscheinlich später wieder nicht benutzen, so in dem Maße. Wie viel ich die das verpisschen, du Mistmucke? Und mal gleich noch ein paar... Ich seh jetzt gleich wieder alle stehen bleiben und nicht mehr sammeln gehen. Hallo? Aha. Ich glaube, dieses Dämonenbeschwören soll ich mir ganz schnell dran schaffen. Oh, das kostet zu viel. Sieht's denn aus? Krieg ich jetzt nochmal einen Raider, der früher Twixies oder was? Der jetzt Twix heißt und... Ach, leck mich. Ich wollte auch nur die Karte ein bisschen erkunden, dann werfen sie mir gleich so ein scheiß Elementvieh. Das ist meine halbe Armee-Töterin. Gegen... Ich glaube, ich muss hier nochmal kräftig aufrüsten. Zwei... Zwei... Vier... Sechs... Einer ist da noch drin, richtig. Ich mach sieben. Okay, meine Peons leben alle noch. Das ist schon mal gut, möchte ich sagen. So ein Stück weit. Jetzt müssen wir hoffen, dass ich jetzt nicht nochmal so ein Vieh komme. Dann habe ich nämlich echte Probleme. Ich brauche auch mal so zwei, drei, die hier hinten aufpassen. Jetzt mal noch ein Stück weiter nach hinten. Oh, das ist kein Element, okay. Ich gehe mal nach der unten gucken. Das heißt ja, das Ding ist schon wieder. Hör doch mal auf damit. Leckt mich, Leute. Ich muss heute aufrüsten. Das wird ja sonst nix. Ein Schadensoutput ist gleich null. Das taugt doch alles nix. Na komm. Okay, hier ist noch mehr Wald. Wald. Ist ja auch mal noch eine Goldmine. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Gold. So, wir wollen erst mal die Speerkämpfer aufrüsten. Komm schon, Goldmine. Das ist ein Wald und keine Goldmine. Ist doch nicht wie Goldminen aussehen. Ich habe doch den Siedler schon genug gebaut. Das müsst ihr doch langsam mal wissen. Wollen wir doch jemanden steif und fest behaupten, oder gäbe es ein logisches System? Nein. Nein. Okay, ich bescheiß es einfach nur. Seht's ein. Was steht denn da für ein Trupp rum? Okay, hier habe ich also noch einiges an Toleranz, bis ich da durch den Wald durch bin. Wenn ich durch den Wald durch wäre, gäbe es da eine... Ah, hier ist eine Goldmine. Boah, 46.000 left. Und wie viel ist rechts noch drin? Hahaha. Äh, nein, das ist kein Elementar. Gut. Im Moment lang wollte ich mir gerade schon wieder panisch werden und so, aber... Ich hoffe mal, dieses Elementar kommt nicht allzu oft. Weil das ist echt nicht mehr lustig, das Ding. Mein, habt ihr den Schaden gesehen, dass das ausgehalten hat? Das geht ja gar nicht. Ich sehe gerade, meine Spinnen profitieren auch von dem mächtigen Zeug. Sehr gut. Apropos profitieren. Wir bauen dann mehr Einheiten. Scheiße, ich wusste, ich habe was vergessen. Ich muss da ja noch was hinstellen. Jemand wird sterben. Ich habe mich sehr verbunden, danke. Habe ich Pions verloren? Also ich meine jetzt Pions, die nicht nur rumstehen, sondern tatsächlich tot sind. Sieht so aus, als hätte ich tatsächlich einen verloren. ore Abram. In 08,131 Aleikberg.